Die Einrichtungsbranche entwickelt immer innovativere Lösungen im Hinblick auf Effizienz und kreatives Design. Sonai Arauco unterstützt diesen Branchentrend als einer der führenden Anbieter. 3DF – Three-Dimensional Fiberboard – eine Innovation aus der deutschen Entwicklungsabteilung von Sonai Arauco. Herkömmliche CNC-Verfahren sind oftmals sehr zeitaufwendig und nutzen den Rohstoff nicht effizient. Setzen Sie stattdessen auf eine schnelle, produktive und kosteneffiziente Lösung mit nur einem Prozessschritt. 3DF – eine der innovativsten Holzwerkstofflösungen auf dem Markt. Entwickeln Sie individuelle Designs. Formen Sie den Werkstoff mit Druck und Hitze. Fertig ist ein hochwertiges Formelement für die direkte Weiterverarbeitung. Mit einer hochverdichteten, glatten Oberfläche nach der Verformung eignet sich 3DF perfekt für die Lackierung oder auch für die Oberflächenbeschichtung mit 3D-Folie oder CPL direkt beim Formgebungsprozess. 3DF ermöglicht die Realisierung tief strukturierter, anspruchsvollster Designs. Durch einfaches Anpassen von Temperatur, Druck und Presszeit können selbst gebogene Bauteile mit großem Radius wie zum Beispiel Stuhlelemente gefertigt werden. Für leicht verformte Komponenten kann eine Vakuumpresse verwendet werden. Darüber hinaus ist 3DF sehr umweltfreundlich, da formaldehydfreie thermoplastische Harze verwendet werden und durch die zerspanungsfreie Verarbeitung praktisch kein Abfall entsteht. Deshalb ist 3DF die optimale Lösung, um Ihre anspruchsvollen Designkonzepte mit höchster Flexibilität und minimalem Aufwand in die Praxis umzusetzen. 3DF – Three-Dimensional Fiberboard von Sonai Arauto – die ultimative Designfreiheit.